Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Air. Mit dabei ist erstmal Stripes und zweitens Johannes. Oh ja, Stripes ist dabei. Und ich, ähm, wir suchen uns einen Namen für unser Chocobo aus, den nennen wir es. Theodor. Ist auf jeden Fall ein Junge. Ach ja, Jennifer, tschüss, dann können wir doch paaren. Wie geil ist das denn? Nee, aber sie ist grün. Ja, das ist egal. Ähm, nee, also, dann können wir aber kein Blaus kriegen. Ich hab' ne Sternschloppe. Blaus können wir nur kriegen, wenn ihr Geld und Geld paaren. Nein, wirklich? Ja, ich denke schon. Steht doch so in Chocopedia. So, name your Chocobo. New name. Äh, wie wär's denn mit, äh... Ich hab' mir gerade erstmal das Ding geholt, hier, wie heißt das, ähm, Sternschloppe. Super, super, super. Sag mal Namen. Äh, Marvin. Marvin, Martin, Marvin? Nein, Martin und Marvin. Okay, dann nicht. Ähm... Ah, mein Bein, hast du gedacht, komm. Marvin, Max, Marvin. Ja, mit Jenny Jill und Max, Marvin. Okay, Max, Marvin ist gut. Mann, Alter. Max... Ah, Mist, beinahe. Ah, Wind. Accept. Aber du hast nicht in die Nahe verstecken, ne? Nee, Mario, ja, nicht, Max, Marvin. Ja, nein! Was? Ich versuchte jetzt auf dein Dach aufzukommen. Okay, hier haben wir letztes Mal eine Schlucht gefunden. Unter meinem Haus ist eine Schlucht, das ist richtig krass. Das hat mir gar nicht gemerkt, als ich hier gebaut habe. Äh... Und hier wollte ich dann weiterbauen. Pass auf, so. Wie macht man die eigentlich, die, äh, Dinge? Muss man die einfach nur aus dein Haus stellen, oder wie ist das? Die, ähm, ich hab die einfach draufgestellt, ich weiß nicht. Achso, okay. Oh, ich hätte mal so ein Meteor-Beschwörer haben, das war mal geil. Geht das? Also extra bei Johannes, Meteor auf seinem Turm. Oh, nee, bitte nicht. Gehen die eigentlich kaputt, wenn einmal ein Meteor draufgekracht ist? Ich glaub, ja. Ey, ich seh die Höhle. Ich seh mal... Ich seh mal... Ich seh, äh, mach grad ein paar Diamanten hier. Das ist richtig cool, ich kann die Achse in der Hand nehmen, und dann kommen die Diamanten automatisch zu mir. Und hier ist ganz viel Gold. Wir suchen Feigenlag nach Gold und dann finden wir es unter unserem Haus. Das ist sehr krass. Oh, du weißt gar nicht, wie viel Gold ich jetzt schon gefunden hab. Wir haben jetzt fast eine komplette Goldrüstung insgesamt. Brauchen wir aber nicht. Ja, und? Einfach damit was haben, ne? Ja, eben. Wir können es uns leisten. Ja. Aber vielleicht soll ich das nächste Mal zum OP-Appeln machen. Weißt du, was war das? Ich hab Hunger. Hast du Hunger? Oh. Dann lass mal ne offene Pause machen, nur zu Meckles. Nein, in mein Fall. Ich weiß es. Ich hab Haselfüß bekommen. Kann man die anziehen? Nee, hab ich auch schon probiert. Haben wir jetzt zwei. Schade. Ich hab die Stock-Organ nicht gestellt. Ich hab Aqua erfindet hier auf meinem Neck-Organ-Farmid. Oh, cool. Ich hab meine Hose wieder anziehen, ne? Oh, ich hab übelst die, übelst die, übelst die, äh, Mix-Rüstung, die Multirüstung. Hast du jetzt die Warenhose an? Nein, ich hab noch gar keine, ich hab die Exekulistenz von denen noch gar nicht bekommen, ja? Ja, dann komm doch mal bitte in mein Keller. Ich bin auf deinem Dach. Ja, komm doch mal in mein Keller. Ich komme. Höööö. Ich bin ja auch nicht so schnell. Komm rein, hier. Komm, komm. Nö. Ich bin ja obenbleiben. Loh, die kommt ja wieder aus. Erstmalgeidach. Ja, dafür kannst du das hier. Von,waschen. Mist. nochmal. Hasenfüße. Nein, sie sind weg. Nein, hier hast du sie. Nimm sie dich. Mist. Los, komm her. Ey, du hast deine Meteorit-Achse gecraftet. Wir haben ja nicht gecraftet, aber du hast es gefunden. Oh, egal. Jetzt sammle ich den Scheiß auf. Nur weil du es einen Kernwitz. Ich komme hier wieder raus, Johannes. Auf der Axt ist man nicht die Sehsche drauf. Da könnte ich auch weiter, dass ich das anziehen. Das heißt, man sammelt das sofort auf, oder wie? Ja. Hier ist der Max-Norven. Das hat keinen Bindestrich gemacht, Junge. Bindestrich, so gehört dir. Nein, es war Bindestrich-Einnahme irgendwie nicht. Jennifer Gill hat auch einen Bindestrich-Einnahme, ja? Ja, gut, danke. Diskriminierst du hier jetzt Jennifer Gill, oder was? Ja, natürlich. Man muss nachvollziehen, dass. Aber hier haben wir wirklich überhaupt keine Monster mehr, ne? Weil Chocobo einfach scheiße ist. Ja, hier vor allem das grüne Chocobo, ne? Meins ist halt nicht so abgehoben wie der Hans. Das war's in des Wortes. Da hast du keine Herrschwing, ne? Ja, zwei Blöcke hoch. Meins ist eben besser, ne? Das ist auch einfach der Geil, dass ich das wäre, dass wir unsere Blöcke hochschieben können. Ach, guck mal, du hast doch die Cloud-Boost, dann gib mir doch dein Chocobo. Gib mir doch dein Chocobo. Nein, 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 das kannst du vergessen. Ach, Mano. Boah, fuck, jetzt bin ich runtergefallen, ich bin zu blöd. Was willst du bei meinem Haus, Johannes? Nein. Ich bin gar nicht da raus. Ja, aber du bist daneben. Ich bin nicht daneben, ich bin hier in meinem Keller. Das können Millionen Zuschauer zeigen, Millionen. Oh, ich wechsle mal deinen Namen mit Jennifer Gill, wenn man beide mit Jort anfängt und... Mit Jort endet vor allem. Ja, vor allem, ne, hä? Ja, ja. Endet beides nicht mit Jort. Ich weiß. Die droht. Als verwechselst du dich deiner, Max Marvils? Als ob. Lügt mich scharnisch an. Man, das ist wieder so eine richtig produktive Folge gerade. Ja, ich baue hier die ganze Zeit. Ich meine von mir. Ach so. Das baue ich hier. Da ein Portal. Markieren wir das mal. Da ein Portal, da ein Portal. Oh, Johannes, lass uns mal wieder Dungeons machen. Du machst die Dungeons immer ein. Ich habe noch gar keine Dungeons mit dir gemacht. Aber ich verzauber jetzt erstmal. Gute Idee, sehr gut. Sag jetzt bitte nichts. Ach, warte, warte, warte. Ja. Was macht ganz? Hast du kommst so? Gabelstone. Gabelstone. Ich habe unseren ganzen, also, ne, hab' ich hab' kein Gast. Ich habe unseren ganzen Kapel so ein letzter Folge zu Stone gemacht. Och, Mann, ey, scheiße. Da bräuchst du dich. Ah, ich wollte ja noch Magic, das ist meine, äh, nee, das ist der Hexik, 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 das ist der Hexik. Nein, nicht den Kotten. Oh Gott, es gab ja gar nicht genug, das ist der Hexik. Für die Bordeaux. und dann so schulden ms abonnenten und wie sieht der Helm am geilsten aus ist so an die Schuhe bringen am wenigsten Rüstungspunkte oder kann sein weiß ich nicht also ich brauche zwei Eisen fünf Leder die Rüstung ist ganz günstig ja geht eigentlich voll jemals Mainportal ich hab schon eine Idee wie ich das hier verbinde alles mit Portalen die ganzen Etagen dann hab ich da oben so ein Portal hab dann hier zum Beispiel ein Portal wo ich schlafen gehen kann hab hier ein Portal für meinen Waffenladen hier ein Portal für die Werkzeuge dann ein Portal für die Edelscheine und hier ein Portal für die Magie und so weiter weißt du Travel Legends endlich komm ich schaß mit der Riten die haben jetzt so auf den Sack gegangen ne glaubst du gar nicht doch doch so da muss ich hier irgendwie ein Portal mal hin machen hin machen hat er hier so wie mache ich das jetzt wenn ich schlau wäre meine Scheibe Brustblatt ist schon wieder fast kaputt Jürgen nicht schön da brauchen wir auch keine Leiter mehr das ist irgendwie ohne Karusson geil nachher wir haben jetzt fast eine volle Meteoritenrüstung von seiner Rüstungsstunde cool ich mach den Karusson hier weg okay du legst du zwei also wie billig ist das gut gutes der ist und der ist ein Sprücher zu haben da wo andere es war so mega teuer finde ich k Treti ist der Platz nicht um mehr ab und zu tun abzutausch der Führer alle 28 bücher stammt das war auch sich das hier die mögliche Runde Kassel um um und zwei mir. Dann mach ich jetzt noch Protection 3 drauf. Ich hab hier noch Bücherregale. Ich mach mal. So mal. So mal hier. Oh yeah. Opshelf, Jungle Shelf, Opshelf, Opshelf, Jungle Potion Shelf, Anti-Chasing? What the fuck? I'm gonna make Shelf. Ich glaub ich mach der Scherz und das ist bloß auch was ja auch das so das geht nicht mein Dings geht immer mit ihr ausschuldet das ist gar nicht drin was muss ich denn da reinmachen, das ist mit ihr ausschuldet du musst da was reinmachen? ich glaube, meins leuchtet nämlich nicht gelb ja, meins leuchtet nämlich auch gelb, oder? klar leuchtet da eins gelb, oder? bei mir kam das nachher Zeit, das saugt sich irgendwie so auf aber das kann sein, ja, das war bei mir auch einfach da war ich ein bisschen verwirrt na gut, dann lass ich das jetzt mal so, ja? ja, mach wieder Dings daraus muss man mal ein ganz Haus bauen, das sieht auch nicht geil aus na ja, für mich war es jetzt mit dieser Folge, ich würde gerne noch einen aufnehmen, Johannes ich mach direkt weiter, würde ich sagen ja gut, ähm bei mir dann bis zum nächsten Mal und ciao! ciao!